Ah, nice! Hast du nicht gehört? Der Name sollte halten, was er verspricht. Doch der Name an Nice passt nicht zu deinem hessischen Gesicht! Fuck, was schießt? Oh, er ist Gemlion! Denkst du auf hart mit deiner Löwentatze? Wenn ich mit dir fertig bin, nennen alle sich nur noch Mitzekatze! Ich bin kein Gangster, also muss ich nicht auf dich schießen. Doch du stinkst so sehr, nicht mal Yugi Löw wird an dir riechen! Oh, ey! Du bist so fett, dass jeder von dir fliegt! Du kriegst sogar ne Zeitbegrenzung bei Arjen können ich! Das war nur einmal, das war nur einmal! Und das, Junge, das du heute verlierst, sieht man auf den ersten Blick! Blick! Du bist so broke, du gehst mit einem Gutschein nach Kick! Kick! Ich bin ein Block! Ich bin stabil, wie ein Ziegel! Soll ich dir einen Witz erzählen? Dann guck doch in den Spiegel! Boah! 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 Das, was ich sage, hat Ecken und Kanten wie ein Würfel. Du ziehst ne Badehose an, um im Internet zu surfen. Ich laufe durch den Regen, aber werde trotzdem nicht nass. Du denkst, du wärst Deutscher? Du hast doch nicht mal einen deutschen Pass. Geh mal lieber auf ne Kur. Du bist so fett, du berührst mit einem Finger drei Tasten deiner Computertaskatur. Das war nur einmal und die war kaputt. Die Tastatur war kaputt. Die war kaputt. Vielleicht stimmt das ja mit den Fingern. Doch mit deinem Deutschlandtrikot bist du voll am hängen. Deine Freundin mag mich trotzdem mehr als dich. Denn ich leg mich ins Zeug, so wie Boat Ding. Du siehst aus wie ein Gummibär. Wisst ihr warum er lebt? Seine Eltern hatten keinen Gummimär. Erster Wunschkind. Erster Wunschkind, Mann. Ist okay. Ist okay. Dass du heute verlierst. Das hast du wohl noch verpennt. Junge, du bist so blöd. Neben dir wirken sogar Sponsport und Patrick als intelligent. Boat! Um dich zu dissen, brauche ich nicht mal reden. Ich werde sie so oder so aufeinander nehmen. Nein! Ich soll dich grüßen von allen deinen Verwandten. Denn der Junge ist aus acht Generationen Inzeste entstanden. Der Junge steht hier und denkt auf hart mit seiner coolen Pose. Doch er denkt nur an Essen. Wetten, er hat Tipp in seiner Hose. Mann, was bist du für ein Opfer? Eigentlich müssen wir dich hier und jetzt misshandeln. Denn in Wirklichkeit ist das Loch in der Ozonschicht durch deinen Mundgeruch entstanden. Glaub mir, dass du heute noch verlierst. Das letzte Mal, wo du baden warst, ist das mit Fukushima passieren. Wetter! 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 Ich spann dich doch gar nicht! Ich spann dich doch gar nicht! Ich spann dich doch gar nicht! Wetter! Doch Aneis, du stinkst so sehr! Nicht mal Jugi Löw! Ah, scheiße! Junge, dass du heute verlierst, sieht man auf den ersten Blick. Du bist so broke. Du gehst mit einem Gutschein nach Kick. Ich jobbe durch den Regen. Was für ein Job? Ich laufe durch den Regen. Du siehst aus wie ein Gummibär. Du siehst aus wie ein Gummibär. Wisst ihr noch? Wisst ihr noch? Wisst ihr warum? Ah! Wisst ihr warum er lebt? Wisst ihr warum er lebt? So meine Freunde, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe das hat euch gefallen. Checkt auf jeden Fall seinen Kanal. Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Mam focal 소� Amy. Haha! Schade her. Musik 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 Musik